Die folgende Kanalvorstellung wird Ihnen präsentiert von CommanderKrieger. Ja, halliallöchen liebe YouTuber, mein Name ist TheEnterShapMan. Sie kennen mich vielleicht noch aus Filmen wie Bridge Builder 2. Warum bin ich heute hier? Tja, der liebe Herr Mr. CommanderKrieger erachtet es für pedagogisch wertvoll, wenn ich mich mal der Öffentlichkeit präsentiere und er sieht in mir außerordentliches Potential. Ja, jetzt aber mal zu euren Fragen. Hey Mann, woher kennst du CommanderKrieger eigentlich? Komm, erzähl doch mal. Kommt Leute, hält mir mit. Naja, ich schaue so ziemlich wie jeder seiner Abonnenten seine Videos. Im ersten richtigen Kontakt hatte ich aber im Livestream mit Gronkh und Saraza. Dort hatte ich die Möglichkeit Team Fortress 2 mitzuspielen und konnte dort gegen CK antreten und hab ihn da auch ordentlich nicht verdroschen, sondern ich hab dafür gesorgt, dass er Gronkh nicht umbringt, da ich ihn geheilt habe. Ja, dann vor einigen Tagen war ich zufällig in seinem Teamspeak, als ich entdeckte, dass er dort war. Da war natürlich ein Auftrang wie sonst was. Ich bin dann in den Channel rein und dann haben wir ein bisschen geredet und den Rest kennt ihr ja. Oh mein Gott, wer zur Hölle bist du eigentlich? Ja, ich selber, ich bin 19 Jahre jung, ich liebe Physik und alles, was dazugehört. Ich bin ein richtiger Pfundskern und komme aus Franken. Ja, man, die sucht du schon, und kümme mich. Wie auf CommanderKrieger ist Kanal gekommen, junger Padawan. Äh, ja, das ist so eine Sache. Wir haben zusammen geredet und er meint, ich habe sehr viel Potenzial und möchte das wahrscheinlich sogar fördern. Oh, Lemur, was für Spiele spielst du eigentlich so? Ähm, ja, ich let's play derzeit Minecraft Portal 2 im Co-Op Quantum Conundrum, Black Mesa und Left 4 Dead. Hier mal ein paar Ausschnitte. Das folgende Blutvergießen wird Ihnen präsentiert von The Intercept Man und LP Mirai. Warnung, die folgende Sendung ist für Kinder unter 7 Jahren. Ach, scheiß drauf! Willkommen beim Let's... MÖÄTZE! Oh, hier ist aber eine Sau. Ich liebe dieses Hotel, jetzt schon. Es befriedigt alle meine Anforderungen. Plutig und medium. Weil er lebensmüde ist. Der Typ ist einfach nie zu stoppen. Das ist ein furioses Let's Play Schnitzel vom Feinsten. Okay, dann mach ich mal mit. Du bist kein Let's Play Schnitzel, du bist ja so ein Let's Play Hähnchen. Nein, nein, Hähnchen? Ja. Pilsier! 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 Das muss ich sagen, ich bin Louis. Pils! Pilsier! Black Mesa... Okay. Äh, ja. Dann such mal du deine Dateien. Und ich mach mich mal auf den Weg. Hey Jennifer! Ah, Gordon Fleeman. Ja, äh... Bis heute Abend, ne? Weiß schon. Treffer und Klamier. Try hitting, control, alt, delete. Nein, hör auf, wenn du alt bist, verschwindest du im Internet. Ne, Quatsch. Kessel. Warum? Warum? Ich mach's mal aus. Ich kann mich nicht bewegen. Warum kann ich mich nicht bewegen? Was ist das für ein Geräusch? Ja, ich mach's mal aus. Ja, ich mach's mal aus. Shit! Fuck! Dann sehen wir Schaltsymbole. Eine Spule mit Weicheisenkern. Eine LED. Was soll uns das sagen? Sollen wir eine Induktionstaschenlampe bauen? Wir wissen es nicht. Spiele ich doch. Ich werde auch in Zukunft mehr Shoot hochladen. Freut euch drauf. Ey Junge, wie viele Abonnenten hast du eigentlich? Aktuell 1089. Mi Gusta. Oh mein Gott! Und seit wann bist du auf YouTube? Also ich kann dir sagen, ich bin seit etwa 5 Monaten wirklich auf YouTube aktiv. Lade aber erst seit 4 Monaten Videos hoch und seit 3 Monaten kommen die Videos täglich. Und warum meinst du doch mal The Enter Shepard? Nun ja, damals hieß ich überall Mr. Shepard und ich wollte unbedingt einen YouTube-Channel machen, der irgendwas mit Entertainment zu tun hat. Also habe ich mir gedacht, wie könnte ich denn die Namen Entertainer und Shepard hinreichend kombinieren? Äh, Enter, äh, Shepard? Äh, Shep-Entertainer. Nein! The Enter Shep-Man. Daher kommt mein Name. Oh, ID, da ist die Show jetzt fast aus. Zum Schluss möchte ich mich noch kurz bei Commander Krieger bedanken, dass ich das hier hochladen darf, beziehungsweise er es hochladen kann. Ähm, ja. Ich freue mich auf viele weitere Kooperationen mit Commander Krieger. Und schaut vielleicht mal bei mir im Kanal vorbei. Hinterlasst einen Kommentar oder sonst irgendwas. Und ich wünsche euch dann viel Spaß an diesem Tag noch. Tschüss. COR 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 ,... cause